und damit herzlich willkommen zum fünften part von life is strange 2 im letzten part haben wir die stelle gefunden durch den wald gegangen nun das ist perfekt hier ist number 2 Nice and dry. Ooh, Daniel is in it to win it. Three! Hmph, that's enough for a toasty fire. Hey, Shawn, come here. I win. It's over, Shawn. All right. How much you got? It's all there. Yeah, okay. That should be enough for the night. See? Told you. I won. All right. We have a little time to explore before we light up the fire. Cool. I'll go chat the river. Man, this place is like our own giant camp. We should catch some fish for dinner. Shit, those are bear claws. Hmm, I'm not gonna tell Daniel. Fish, fish. Gotcha. No way, Doug. What are you doing, mountain boy? I'm gonna catch a fish to cook. Nice. But we should wait until we get some gear or something. I can do it. Just watch. I know. We'll come back later. Okay. You promise? Promise. Feels good to focus on something after all that shit. We must be so far from our house. Okay. Got it. Got it. I've looked enough. I've looked enough. Time to draw now. Dad gave me the sketchbook. He was so fucking awesome. Hmm. Pretty good. But I can add more details if I want. Cool. I think I'm ready to draw this. Hmm. Not like that. Time to take the pen, dude. This almost looks like a peaceful memory. Almost. Man, I can't even steep or stomp. Man. I can't even steep or stomp. hey what are you doing sean can i try you've never skipped stones yeah but it was a long time ago with dad okay then show me watch me dude come on that's a boulder not a rock here you need a flat rock hold it like this look at my hand boom okay i get it my turn hold it with your thumb and finger and spin your wrist when you throw what did i do wrong not bad give it another try so close try again you've almost got it you're getting into the zone don't give up now i did it i did it did you see oh yeah that was awesome i think you're ready for the olympic stone skipping team he thinks we're just going on a trip i can't imagine when he'll find out what really happened daniel can you see that totally but what is it it's your job to find out if you want okay hold on whoa careful dude come on what do you see oh looks like fishing bait well let's take it that's a souvenir we can hook it on your backpack nice 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist schön. Es ist ziemlich großartig, oder? Siehst du? Es ist nicht so schlecht hier in der Küche. Hey, schau mal diese Wolken. Was sind sie für dich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schau mal? Das ist es? Schau mal? Ich weiß nicht. Was sehen Sie? Ein Drogon. Was? Wo ist es? Okay. Hier ist die Hände. Und die Horme. Und die Fangen. Und die Schmuck aus ihrer Mund. Oh, ich sehe es. Es ist großartig. Wouldn't it be cool if we had a pet dragon? Oh, ich sehe etwas anderes. Es ist großartig. Es ist großartig. Es ist großartig. Oh, ja? Woher? Hier. Hier. Hier, oder? Komm. Ja. Ich muss etwas sagen. All righty, Nano. Wir sind die Leute, jetzt. Zeit, um Feuer zu machen. Wir haben Feuer gemacht. Kann ich helfen? Du hast eine große Sprache, wie ich. Also geht's. Ja! Mann, nicht das. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte es wie ein Film machen. Oh, schön. Es ist warm. Ich bin jetzt ein Film. Ich muss das, was ich mein Film machen. Ich muss das, was ich nicht. Ich muss das, was ich nicht. Ich muss das, was ich nicht. Ich wünschte, dass wir noch mehr hatten. Ich weiß. Ich auch. Uh, ich bin bereit für Dessert. Geh, bitte. Mmh, du willst ein Stück? Ah, ich bin gut, du kannst es. Wirklich? Aber Judge, du hast mir bereits das andere gegeben. Weil ich mit generosität regiere. Ich will, Herr Hörner. Ich will, Herr Hörner. Mmh, so gut. Ich wünschte, dass wir einen Cheeseburger und einen Melchschicht wie vorhin. Ich will, Herr Hörner. Jetzt, dass wir hier sind, müssen wir alles selbst machen. Genau? Okay, aber du kannst mir helfen, wenn ich es brauche, richtig? Das ist das, was ich hier für. Und du musst mir helfen, auch. Das ist gut, Herr Hörner. Das ist gut, Herr Hörner. Du bist gut, Herr Hörner? Sean? Are you mad at me for what happened with Brett? I don't remember everything. It's not your fault. Shit happens. Brett deserved it. Why can't I remember? That's weird. Um... Don't worry, dude. You were running around all day. You tired out. It happens. Look! A full moon! It's not quite full yet, wolf boy. Do you think there are werewolves for real? Dude, we are the wolves. Ow! See? Ow! 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 So, das war's mit dem Part von Life is Strange 2. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!